Ihre Liebe hielt dem Sommerhaus der Stars nicht stand, 2022 ging die Beziehung von Bauer sucht Frau Paar Patrick Romer, 27, und Antonia Hämmer, 23, in die Brüche und beide lieferten sich im Anschluss eine Schlammschlacht. Doch nun machte der Landwirt via Instagram eine vielsagende Andeutung zu seinem Beziehungsstatus. Bauer sucht Frau Star Patrick Romer, frisch verliebt nach Trennung von Antonia Hämmer? Sie galten als eines der Bauer sucht Frau Traumpaaren schlechthin, doch dann kam das Sommerhaus der Stars. 2022 nahmen Patrick Romer und Antonia Hämmer nach knapp anderthalb Jahren Beziehung an der RTL-Show teil und sahen sich während der TV-Ausstrahlung plötzlich mit extrem viel Gegenwind konfrontiert. Der Grund? Der krasse Umgang des Landwirts mit seiner Freundin. Immer wieder machte er die Blondine runter und drückte ihr einen fiesen Spruch nach dem anderen, ganz zum Unmut der Zuschauer. Nachdem die beiden anfangs noch medienwirksam betonten, weiterhin zusammenhalten zu wollen, schlug der Sommerhaus-Fluch dann wenige Wochen später doch zu und Antonia Hämmer und Patrick Romer gaben schließlich doch ihre Trennung bekannt. Wer sagt, dass ich Single bin? Seither lassen die beiden kaum ein gutes Haar aneinander? Vor allem Antonia Hämmer rechnete erst kürzlich im Podcast mit Desiree Nick ab. Und was sagt ihr Ex dazu? Offenbar nicht viel. Der scheint sich längst auf andere Dinge zu konzentrieren? Möglicherweise auch eine neue Liebe? Bei Instagram beantwortete der Bauer sucht Frau Starr kürzlich einige Fragen seiner Follower. Ein User wollte dabei wissen, weshalb er Single sei, und seine Antwort lässt viel Raum zur Spekulation. Weil ich vielleicht der Bösewicht aus Bocholt bin? Schrieb der 27-Jährige als Antwort und fügte kleingedruckt hinzu. Wer sagt denn, dass ich Single bin? Heißt das etwa, dass es tatsächlich eine neue Frau im Leben von Patrick Romer gibt? Erst im Januar kochten Gerüchte hoch, dass zwischen ihm und Influencerin Sabrina Mina möglicherweise mehr laufen könnte, nachdem sich die beiden in einem Instagram-Video Arm in Arm gezeigt hatten. Ob der Bauer sucht Frau Starr mittlerweile wieder in festen Händen ist, weiß aber derzeit nur er selbst. Das ist eine neue Frau im Januar, der Bauer sucht Frau Starr, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020